so herzlich willkommen zu einem weiteren video freunde und zwar habe ich mir überlegt wir machen ein neues format auf youtube das ist so bis jetzt noch nicht gab und zwar finde ich für euch heraus welches model in den musik videos von rappern von sängern und so weiter welche models in den videos vorkommen und zwar sucht der ein oder andere natürlich immer nach den models und jetzt habe ich mir überlegt dass ich die für euch herausfinde und dann für euch preis gebe das ganze beruht sich immer auf instagram ich suche euch den instagram account den namen heraus und den teile ich dann mit euch ich habe mir gedacht wir fangen einfach mal bei k1 seinem neuen lied an er hat sich auf jeden fall eine sehr sehr schöne amerikanerin hier an die seite geholt und zwar habe natürlich ich für euch den instagram account gefunden die dame hat auf instagram 252.000 follower hat schon in anderen musik videos hier mit gespielt wenn ich mich nicht ich denke dass spanisch die dame kommt aus l.a. und ja wie gesagt den namen blende ich euch jetzt einmal ein ich weiß nicht wie man ihn ausspricht ich kann es euch kurz buchstabieren g a l l i e n n und drei es nabila mit nachname auf jeden fall eine sehr sehr schöne frau mit schönen kurven für den ein oder anderen wird es auf jeden fall sehr sehr interessant sein für das ein oder andere schulprojekt ich würde mal sagen das format wird noch sehr sehr geil werden schreibt doch einfach mal in die kommentare welches model aus welchem musikvideo ihr sucht und ich finde sie läuft in diesem sinne wenn euch das video gefallen hat was doch einfach leichter und folgen auf instagram bis zum peace